Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Februar ist schon so gut wie vorbei. Naja, was erwartet man auch schon von einem Monat mit 28 Tagen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass ein neuer Home Assistant Release hier vor der Tür steht. Und ich habe mich gewagt und habe hier die Beta installiert, damit ihr es nicht machen müsst. Passt hier auf jeden Fall auf, wartet lieber ein paar Releases ab. Am besten so bis zu Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5. Und dann ist es mehr oder weniger stabil genug, dass ihr dann auf jeden Fall aktualisieren könnt. Dieses Mal gibt es besonders viele Updates zum Frontend und ich zeige euch alles einzeln nacheinander, damit ihr hier gar nichts verpasst. Und apropos verpassen, wenn ihr zukünftig solche Videos, solchen Content nicht verpassen wollt, wisst ihr was zu tun ist. Lasst einfach ein Abo da, bevor wir uns hier total verquatschen. Fangen wir ab. Fangen wir hier mit der ersten Neuerung aus diesem Home Assistant Release an. Ihr könnt nun neben Badges zusätzlich noch eine Kopfzeile zu Englisch Header konfigurieren. Dazu geht ihr in den Bearbeiten Modus und drückt dann hier in dieses Feld rein. Ihr habt die Wahl, es als Karte darstellen zu lassen oder nur als Text, dann sieht das so aus. Und hier unten könnt ihr dann euren Text eingeben. Aber das ist noch nicht alles. Über den Knopf hier oben rechts könnt ihr das Ganze auch noch ausrichten. Entweder zentriert, linksbündig oder responsive für Mobilgeräte. Und wo wir hier gerade dabei sind, ihr habt vielleicht gesehen, dass die Badges unten waren. Ihr könnt diese natürlich auch wieder nach oben packen, so wie ihr das gewohnt seid, aber könnt das seit diesem Release auch nach unten packen. Aber das ist noch nicht alles, was sich in der Kopfzeile verändert hat. Wenn ihr zu den Einstellungen des Bereiches geht, dann könnt ihr, wenn ihr runterscrollt, den Punkt zusätzlicher Platz oben hinzufügen aktivieren. Und dann wird hier eine weitere leere Fläche hinzugefügt. Die nächste Neuerung aus diesem Release betrifft die Kachelkarten, zu englisch Teilcards. Es geht darum, besser zu verstehen, welche Kachelkarten steuerbar sind und welche nicht. Ich habe euch jetzt mal hier vier Entitätskarten reingepackt und hier zwei Schaltflächen. Und wir können sehen, dass bei den Entitätskarten ich nur die Symbole sehe ohne einen Kreis. Und bei den Karten, wo ich etwas schalten kann, habe ich einen Kreis um das Icon. Das soll euch einfach im Kontrast zeigen, dass diese Schaltflächen schaltbar sind und im Gegenzug diese Karten nicht schaltbar sind. Aber das ist tatsächlich noch nicht alles. Ihr habt vielleicht gemerkt, als ich über die Karten drüber gegangen bin, werden diese ganz leicht aufgehellt. Das ist eine zusätzliche Animation. Und außerdem, wenn ich auf solche Schaltflächen draufdrücke, dann seht ihr, entsteht hier auch eine ganz leichte Animation, dass diese draufgedrückt wurde. Und speziell, wenn ich diese Schaltfläche sogar gedrückt halte, dann sehe ich hier auch noch eine Animation, welche dieses gedrückt halten dann auch nochmal darstellt. Außerdem könnt ihr nun mit der Tastatur und den Kachelkarten in Home Assistant entlang navigieren, was so vorher auf diese Art und Weise nicht möglich war. Es geht hier Schlag auf Schlag mit den Kachelkarten. Mit der nächsten Neuerung ist es nun möglich, gewisse Funktionen der Kachelkarten hier horizontal darzustellen. Wie ihr sehen könnt, habe ich euch hier beispielhaft eine Rollladenkarte auf zwei unterschiedliche Art und Weisen dargestellt. Einmal mit einer Schaltfläche und einmal mit einem Slider. Natürlich ist das je nachdem, was für ein Gerät oder Entität ihr nutzt, bekommt ihr unterschiedliche Störungsmöglichkeiten hier von der Kachelkarte vorgeschlagen. In den Einstellungen sieht das Ganze wie folgt aus. Wenn wir hier beispielhaft in diese Kachelkarte reingehen, haben wir hier bei Funktionen die Möglichkeit, das Ganze inline darstellen zu lassen. Ihr könnt natürlich auch, wie ihr bereits auf dem Dashboard gesehen habt, das Ganze auch hier unten drunter gestapelt anzeigen lassen. Das geht natürlich auch und könnt dann dementsprechend hier die Funktion einblenden oder ausblenden. Wichtig, wenn ihr hier inline nutzen möchtet, ihr könnt nur eine Funktion hier bei inline darstellen lassen. Ihr müsst euch dann entscheiden, welches ihr haben möchtet und dementsprechend das dann im Dashboard hier nutzen. Und dies bringt uns auch direkt zum nächsten Punkt und zwar gibt es nun hier im Editor weitere Verbesserungen. Wenn wir zum Beispiel zum Punkt Inhalt springen, dann haben wir hier die Möglichkeit, die Anordnung des Inhaltes nun mit einer optischen Hilfe darstellen zu lassen. Natürlich könnt ihr das ganz horizontal und vertikal darstellen lassen, aber jetzt habt ihr dazu auch im Editor eine optische Unterstützung. Das gleiche gilt natürlich auch hier bei Position der Funktion, was wir aber bereits eben schon besprochen hatten. Schreibt jetzt unten in die Kommentare, welche Karte die nächste Neuerung erhält. Dreimal dürft ihr raten, es ist für die Kachelkarte. Diese bekommt nun zwei neue Funktionen. Einmal so eine Umschalt-Schaltfläche, die ihr dann so nutzen könnt. Ich habe euch das in unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten hier schon mal aufgebaut. Und hier so eine Zählkarte, wo ihr das Ganze dann auch hier hoch und runter zählen könnt und das Ganze auch hier dargestellt auf unterschiedliche Layouts. Ausnahmsweise betrifft die nächste Neuerung hier nicht die Kachelkarte, sondern die Statistik-Diagrammkarte. Früher wurden bei der Statistik-Diagrammkarte die Legenden oberhalb dargestellt und ihr konntet hier einblenden und auch wieder ausblenden. Mit diesem neuen Release werden diese nun unterhalb dargestellt und ihr könnt diese auch wie gewohnt einblenden und ausblenden. Aber das ist noch nicht alles. Wenn ihr zu viele Entitäten hier in diese Diagrammkarte reingezogen habt, erscheint nun ein Menü, das ihr aufklappen könnt und könnt es dann hier wieder einblenden und könnt es dann hier wieder ausblenden. Auch dazu gekommen ist, wenn ihr jetzt einen Doppelklick hier in diese Fläche macht, dann zoomt ihr hier direkt rein. Und natürlich könnt ihr hier nach links und nach rechts scrollen und könnt dann auch wieder mit STRG-Mausrad oder auch CMD-Mausrad auf Mac das Ganze noch detaillierter reinzoomen oder rauszoomen. Aber toll auf jeden Fall, dass man mit einem Doppelklick reinzoomen kann und mit einem weiteren Doppelklick wieder rauszoomen kann. Und natürlich könnt ihr hier mit diesem Knopf oben rechts den Zoom wieder zurücksetzen. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Persönlich finde ich es spannend, nicht nur Neu-Integration hier kennenzulernen, sondern wie sich bestehende Integration verbessert haben. Und dort haben wir zum Beispiel die Integration GUVI und dort ist es jetzt endlich möglich, Effekte aus der GUVI-App, zumindest eine gewisse Anzahl, hier aus dem Home Assistant heraus anzusteuern und wieder auszuschalten. Freundinnen und Freunde des ESP-Homes werden mit diesem Release auch auf ihre Kosten kommen. Ihr könnt nun bei euren ESP-Home-Geräten, wenn ihr auf Konfigurieren drückt, hier diese zusätzliche Schaltfläche aktivieren. Dann werden hier die Protokolle von dem jeweiligen ESP-Gerät dann in dem allgemeinen Log von Home Assistant mitgelistet. Einige Smart-Home-Fans waren traurig, dass hier die Thematik mit Smart-Things ein komisches Ende genommen hat, aber seid nicht traurig, das Ganze erlebt jetzt ein neues Revival. Es gibt jetzt eine komplett neue Möglichkeit, sich mit euren Smart-Things-Geräten zu autorisieren und wir machen das Ganze einmal gemeinsam durch. Das Ganze findet ihr, wie ihr seht, über Integration und Zufügen und dann bei Smart-Things. Nachdem ihr euch dann bei eurem Samsung-Konto eingeloggt habt, bekommt ihr irgendwann hier dieses Fenster und dann wählt ihr hier euer Smart-Home aus. Jetzt wählt ihr hier aus, welchen Zugriff das Ganze haben soll oder nicht haben soll und könnt es dann Ganze hier autorisieren. Aber wie ihr sehen könnt, kommt jetzt hier der Vorführeffekt und ich kann euch das leider nicht zeigen, aber in der Theorie sollte das klappen. Hoffen wir mal, dass es dann, wenn das Release hier ausgerollt wurde, dann ordnungsgemäß funktioniert. Eine weitere Erneuerung hier aus dem Home Assistant Release betrifft hier Geräte, die ihr hinzugefügt habt. Wenn ich jetzt hier beispielhaft dieses Shelly-Gerät hinzufüge, wenn ich jetzt auf Fertig drücke, lande ich dann normalerweise immer hier hinten dran auf dieser Seite. Aber Achtung, was jetzt passiert. Ich werde direkt hier in den Shelly-Integrations-Detailbereich weitergeleitet, sogar hier mit dem Gerät direkt gehighlightet, sodass ich dann damit weiterarbeiten kann und interagieren kann. Die Karte wurde im Zusammenspiel mit den Entitäten hier verbessert. Es gibt nun die Möglichkeit, die Entitäten zu gruppieren bzw. zu clustern. Wenn ich in eine Karte reinzoome, dann sehe ich die Entitäten hier einzeln aufgeschlüsselt. Wenn ich aber rauszoome, dann bekomme ich hier die Anzahl der Entitäten dargestellt. Ihr könnt das Ganze auch temporär hier ein- und ausschalten. Eine weitere Verbesserung bekommt hier der Assist, speziell wenn ihr mit Large Language Models arbeitet. Früher, wenn ihr in Assist ein Befehl abgesendet habt, dann wurde dieser Befehl so lange prozessiert, bis eine fertige Antwort direkt ausgegeben werden konnte. Mit diesem Release ist es nun möglich, dass der Assist Teilstücke der Antwort ausgibt. Wie ihr auf dem Bildschirm sehen könnt, fühlt sich das Ganze viel natürlicher an und macht dann natürlich auch viel mehr Spaß, damit zu arbeiten und zu experimentieren. Auch Liebe von den Entwicklern und Entwicklern hat hier die Thematik Backups erhalten. Denn wenn wir zu den Backup-Einstellungen gehen, dann können wir nun sehen, dass wir hier einen Knopf bekommen haben, wo wir weitere Speicherorte erkunden können. Und wenn ich da drauf drücke, dann werde ich hier zu dieser Seite weitergeleitet. Und wenn ich dieses Angebot mit dem letzten Release vergleiche, dann weiß ich, dass Azure Storage hier einmal hinzugefügt wurde und WebDAV. Natürlich müsst ihr Azure Storage hier einmal hinzufügen, damit es dann bei den Backups verfügbar ist. Selbiges gilt übrigens für WebDAV. Und das ist eine wunderbare Überleitung zu den neuen Integrationen allgemein. Neben Azure Storage und WebDAV haben es folgende Integrationen hier ins Home Assistant mit diesem Release geschafft. Außerdem wurden folgende virtuelle Integrationen mit diesem Release hinzugefügt. Über Verbesserung bestehender Integration hatten wir schon gesprochen, aber hier nochmal ein, zwei Highlights. Die Shelly-Integration unterstützt nun den neuen Shelly-Flat-Sensor und außerdem gibt es nun Support für Shelly-Script-Event-Entitäten. Die Fernbedingung von Switchboard könnt ihr nun über die Switchboard-Integration hinzufügen. Das ist auch ziemlich cool, um hier das Smart Home zu steuern. An dieser Stelle habe ich euch früher motiviert, immer zu den offiziellen Foren zu kommen. Das könnt ihr immer noch machen, aber wir haben mittlerweile ein eigenes deutschsprachiges Smart Home Forum mit anderen Content Creators erstellt. Und dazu bekommt jetzt den Einspieler. Wir würden uns riesig freuen, wenn du dich dort registrierst und Teil unserer Community wirst. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch App Support unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch! Ich scrolle nun ganz langsam durch die Backward-Incompatible-Changes. Sollte da etwas dabei sein, was auf euch Zug trifft, dann kommt hier rein, lest euch das in Ruhe durch und trefft dementsprechend Vorkehrungen hier für euer System. Und wenn ihr die komplette Liste aller Änderungen von diesem Release euch geben möchtet, ich packe euch den Link vom Full-Change-Log auch unten in die Beschreibungsbox, zusätzlich zu dem Link hier zum allgemeinen Post. Und dann könnt ihr euch das alles in Ruhe nachlesen und studieren. Ja, das war's auch schon. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Mich würde persönlich interessieren, was hat euch hier bei diesem Release gefallen? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich tausche mich ungemein gern mit euch aus. Wenn ihr mich fragt, ich persönlich finde es toll, dass wieder an den Kachelkarten weitergearbeitet wurde und auch das Statistik-Diagramm finde ich persönlich ziemlich cool, weil dann kann ich hier meine ganzen Stromverbräuche sehr cool auf einer Karte tracken. Wenn euch dieses Video geholfen hat, die ganze Thematik rund um dieses Update zu verstehen, über ein Like würde ich mich riesig freuen. Es ist gerade 23 Uhr und 1 Uhr, also ihr seht, zu dieser späten Uhrzeit nehme ich das auf, damit ihr das direkt backfrisch morgen euch anschauen könnt. Sonst, wenn jemand anderes unbedingt dieses Update auch nicht verpassen sollte und sehen sollte, nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich denke, die freuen sich auf jeden Fall schon. Sonst, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr schaltet euch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut, ciao! Ciao!